Hallo! Wir sind die Mädels von der Heilwener Markt und gehen in die derzeitige 5B. Ich bin die Anna und ich bin 18 Jahre alt. In meiner Freizeit gehe ich gerne auf den Berg, bin gerne in die Natur und grüße ich mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Ich bin die Vanessa Jemaili, ich bin 19 Jahre alt. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne mit meiner Freundin und Familie und ich gehe auch sehr gerne schwimmen. Ich bin die Elisabeth, ich bin 18 Jahre alt und gehe in meiner Freizeit gerne musizieren und bin da bei der Musikkapelle. Ich tue gerne etwas mit meiner Familie und unternehme etwas mit Freunden. In unserem letzten Schuljahr sind wir für den YouTube-Kanal der Heilwener Markt zuständig und um die ein bisschen aufzupeppen, sahen wir viel lustigen Inhalt. In den nächsten Monaten wollen wir euch einen Einblick in unser Schulleben gewähren und wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann besucht einfach unseren YouTube-Kanal und wir werden euch wieder alle gute Laune machen. Tschüss.